Oh, jetzt kriegst du Versteckung. Da sind auch keine Eier drin, glaube ich. Na, so wie das Ding anfangen, wüsselt ja. Sonst wär er doch schon abgehauen. Was sind wir denn jetzt für ein Problem hier? Schnell das Ding, ne? Also zum Notfallsanitäter leid ich es nicht, aber ihr seid ausgezeichnete Auditionen. Ja, vögeln können wir. Aber es handelt sich hier um ein Eichhörchen als Nesträuber. Was gerade von zwei Elzern gejagt wird. Eichhörchen mit Flügel? Nee, Ruhe. Aber auf jeden Fall ein ziemlich schnelles. Also ich schätze mal, entweder kardiovertieren und Beckenschlinge oder Paisen. Nicht geschafft, schade. Kardiovertieren und Beckenschlinge. Aber das heißt, du bist ein Bett. Na, hast du gesagt, da ist ein Bett. Verstand auch ein Bett. Ja.